Faulk, das hier ist nicht der Balkan. Wir sind ein ordentliches Land. Einmal Schlecht auf Sarajevo. Immer. Was? Im Grabnamjast. Sie sind wegen Ihrem Aufenthaltstitel hier? Ist sie fertig? Nein. Komm, ich habe dich angeboten. Dann muss man sich mal sehen. Wie? Ich soll unterschreiben, dass deine Texte über den Blitzwitzer See und über den bosnischen Topf hohe Literatur sind und von öffentlichem Interesse für die Republik Österreich. Weißt du was? Sie sind einen Dreck wert für die Republik Österreich. Ich meine, es sieht wie ein Kino Zitter, die Schatten klamm auch mit Zombies. Vampire? Hust, du bist da schrecklich, na wunderschön! Wenn da keine Premiere werden, werden sie aus Österreich machen. Das ist ein großer Schmerz für Österreich. Man sieht, dass es nicht so schrecklich, abhört sich die Partnerin, die Papchina nicht so schrecklich. Was ist die Verrückung? Profesor Życar! Schlecht! Sie sagen, ich sage, ich bin dum. Wie ist das Verrückung? Was ist das Finanzas? Sie sind das Hemeroin? Ja, ne, ne. A jebao tekst, ne go krate, što ga više skrate, manje je sposlije kriv. Ja sam pisac. Ma, što se mene tiče, moga ti di šofer autobusa, meni je svejedno. Sam da si čovjek, ali bis ništa, baš ništa. Ja želim da se ova premijera konačno odigra.